Nein, nein, es gibt gar keine Diskussion. Wie übergehe ich den Mornagenten, den ich arbeite? Nein, du kannst jetzt mit dem Bus saufen. Wie geht der noch davon? Kommt sie dich ab? Ja, nein, nein. Der Dörf bleibt. Du könntest mit dem Bus saufen, oder? Dann kommt er aus und tut den Buschaufen in den Start. Ich habe den Buschaufen mit dem Dörfchen nach Hause. Der Bus steht, als du warst, beim Bus. Und dann bist du auch morgens. Du kannst wirklich das machen. Nein, nein, nein. Nein, nein, das stimmt eigentlich. Könntest du mit dem Bus sein? Ja, aber. Weisst du, es kommt wieder. Mach doch einfach, wir kaufen in den Bus. Vor der Nacht. Kannst du den Bus in den Dörfchen fahren? Trackelbrücke. Ah, du weisst noch, wieviel. So bedrückt, oder? Ja. Nein, nein. Nein, nein. Du hast 20 Minuten. Ja, 20 Minuten. Ja, 20 Minuten. Ja, 20 Minuten. Ja, weil du bist gesenkt. Nein, nein. Einfach eine Rassi-Poffe. Ich habe sie drüber verstanden. 20 Minuten. Ja, 20 Minuten. Ja, 20 Minuten. Ich bin schnell. Das ist ein Appetit. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich wollte eine Trubi und Togi. Und das Fremdchen. Für den Müll. Das ist alles andere. Ja, die hat noch den Rüstern. Der ist nur ein Schick. Ich habe die Stimme und es nicht gestört. Jetzt. Ich habe die Kabel und es wegen der Bus gestört. Ich habe den Bus gestört. Du meine Kabel und es soll mich beim Stimmen. Bitsch, du hörst mal den Bus an. Nein, nein, nein. Schmeeren. Nein, den Bus an. Anrufen. Privater Bus. Privater Bus. Ja, nein. Ein Bus fahrt streng, weisst du. Nein, die müssen hier. Die gehen beim Heerchen, privaten Bus, dann gehen wir vielleicht. Nein, ich weiss schon, wann sie fahren. Nein, beim Heerchen und dann gehen wir beim Läuen. Sie fahren zu Ribiet. Die ersten zwei Teichs sind zu Ribiet, das ist immer anders. Nein, 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 ich komme nicht mit dem Stadion. Mit dem Dürf? Nein, ich stosse noch dran. Nein, du darfst nicht stossen. Ja, ich sehe. Ich bin innen, aufbrochen. Morgen um 7 Uhr wurde es mir so langsam bewusst. Dann bin ich im Quartier und bin in deinem Auto und alle zusammenlaufen dort vorbei. Und dann ist es irgendwie bei der Branche. Aber du hast nicht eingeladen worden? Nein, 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 das hätte ich auch nicht gewissen. Nein, der Franzi hat mich auch eigentlich gefreut mit der Kette. Die Kette wollte auch irgendwie in Fritschi herunterglauben und der Franzi wollte in Barbatti. Dann ketschete er die ganzen Stäge ab. Und dann habe ich rausgeschaut in die Kucke. Plötzlich sah ich den Franzi den Stägen auf und kette ihn herunterglauben. Und dann ist es Fritschi ab. Ja, sagen wir so. Das gab es früher. Das gab es früher. Ja, das ist natürlich nichts. Das ist alles anders. Ja, ich meine. Du hast keinen Lehm an Fritschi ab. Ja. Ja. Das ist möglich. Ja. 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 Ich tatsch. Ja, so. Es greift. So jetzt muss ich da noch nie. Will, wir müssen g 나�ern, dann würde ich gauern. Ah, er schaue, als wäre es so. Wir hätten sich neut draufgeommen, weil wir müssen quê kpinner eit? Ich weiss schon, du könntest. Ich weiss, du bist drückt. Also du bist mit nicht mehr viel? Nein. Schau mal hinter. Du musst auch nicht schauen. Ja, komm, komm! Und das? Ich und der Pitsch ist vielleicht klein, schlecht bezahlen. Ja, das greife ich jetzt. Ja, sag ich. 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 Ich muss sagen, dass du eine Fettung selbst anstellt. Ja, hast du ein wenig. Mir ist es nicht so sympathisch. Ich weiss, ich komme noch vom Dienst, bei uns waren es auch andere Leute noch im Pfadpavel. Und die Fähne. Ja. Und die Fähne waren sehr gut. Und ehrlich. Ja, das ist wie eine ... In der Nähe. In der Nähe. Ja. 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 Ich weiß wohl nicht so første pied. Ja, ich weiß. Ja. Ja. Musik 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 Ja, genau. Ich meine, der ist wieder so lang. Das macht mich so gut. Ich gehe zuerst bei der ZKW vorbei. Du bist noch pro 10? Ja. 25 haben wir dort. Jetzt sind wir nicht mehr für uns. Ist das nicht im Grill? Also im Mikrowellen? Nein, im Backofen. Das sieht schön aus. Nein, man kann schon im Mikrowellen... ...dass du alles... Nein, man sagt... Weisst du, was hat man früher gesagt? Der Feiztanz. Das hat man früher gesagt. Jetzt sagt man einfach Kurier. Schönen Arme. Das ist nicht, dass es hier ist. Es ist extrem krampig. Es ist ein Kappel. Der Feiztanz. Ja, du hättest es. Nein, nein, nein. Ich habe das auch. Nein. Was magst du aufkommen? Nein, du kannst es bezeichnen. Schau, schön. Oh, schön. Warte, warte. Es kommt jetzt auch mit. Ja, du kannst nicht auch so teilen. Ich kann nicht glänzen. Ich will nicht glänzen. Ja, halt. Weiss ich, Daniel? Du, ich mache es. Hopp. Ich will nicht glänzen. Was? Ja. Hättest du das mit tun? Ja. Bitte nicht. Ich will nicht glänzen. 뭐야. Das war's. Die, 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 die. Nimmst du auf? Jetzt nehme ich auf. Mit Ton? Mit Ton. Jetzt musst du ihn zusammen nehmen. Weissen Sie, was Sie fangen für etwas? Wenn Sie den Ärzten, sagen wir, Sie hätten einen Entzug wert, zu probieren, wie weit? Das hat einen Anfänger, wo Sie noch fangen wollen. Im Moment könnte es noch ein bisschen gehen, dort hat es eine sehr gute Zeit. Sie hat aber eine super Sache. Ich weiss es ja. Man muss nicht erst mal die Züge ansprechen. Das ist eigentlich schon möglich. Ich habe das erste Mal gemacht, ich habe gesagt, ich habe das erste Mal gemacht, 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 ich habe das erste Mal gemacht. dann... ... Also jetzt Guckenzeitli. Polognese. Je nachdem, wenn ihr euch begegnet, und ihr auch, und wenn ihr jetzt nichts sagt und nichts darf ich ihn lassen lassen lassen, und ihn lassen kommen, fertig, und du auch, und wenn ihr dann alleine kommt. Das ist etwas in diesem Kasten drin. Man kann mal von letztem Mal nach, habe ich verstanden. Ich habe gesagt, wir fahren ab. Und da hat er gesagt, ich gehe alle, was ich nicht will, nur wenn ich es regne. Ja. Er ist gerade in der Dusche. Was meint ihr? Was meint ihr? Weisst du, dass sie das erste Mal gemacht hat? Die Mama hat Kuchen gemacht. So, ich habe Kuchen gemacht, nein, total verbrannt. Nein, ich habe gemacht. Ja, das habe ich nicht gemacht. Er hat nicht alles Ossens gebollt. Nein. Eine Kuchen ab. Ich habe die Kuchen gemacht. Ich habe alles Ossens gebollt. Nein. Ich habe die Kuchen gemacht. Schauen wir aus. Die Zeit ist Ossens, da kannst du gerade ein Hund geben. Ich kann mehrer, dass du Wäckstürst. Nein, nein, nein. Ich habe hier einen Saus aufgenommen. Kussi, ein Moment, kussi! Was? Ich hab's schon gekriegt. Hallo! Ohn, langsam, ne? Ja, ja, ja. Das ist die magische. Ich hab jetzt auch nicht gesagt, es läuft genau an, aber eigentlich nicht. Ich hab's schon richtig gemacht. Ja, ja. Hier ist es jetzt. Es ist ein kleines Spiel. Es ist ein kleines Spiel. Das ist ein kleines Spiel. Jetzt geht's, jetzt geht's. Ich mache einen ganz guten Eindruck. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020